Kein Tag ist gleich bei uns im Vertriebsaußendienst. Ich als Frischermanagerin bewege mich in meinem Frischegebiet und bin fachliche Vorgesetzte für die Feinkostabteilung und die Fleischabteilung. Meine Aufgaben sind es, Abläufe zu optimieren, um es den Mitarbeitern einfach zu machen und auch vor Ort Schulungen durchzuführen. Ich übe prinzipiell meine Arbeit in den Filialen aus, das heißt ich bin zu 85, 90 Prozent nur in den Filialen unterwegs. Jede Filiale hat ein eigenes Büro und dort mache ich auch meine ganzen Arbeiten, das heißt von den ganzen Kontrolltätigkeiten bis hin zur Optik im Verkaufsraum. Ich habe Schulungen von Montag bis Samstag. Die Dienstzeiten richten sich, je nachdem wie lang das Seminar dauert und natürlich auch zwei Tage in der Woche frei. Also ich arbeite derzeit in Elternteilzeit mit 35 Stunden und das hat mir die Firma einfach sehr schön ermöglichen können, dass ich nur in so einem eingeschränkten Ausmaß arbeite. Mein Vorgesetzter hat sofort ein super Verständnis gehabt dafür und hat mich jederzeit eigentlich da sehr gut unterstützt. Wir im Vertriebsaußendienst bekommen ein Firmenhandy und einen Firmenlaptop zur Verfügung gestellt und mein persönliches Highlight ist unser Firmenwagen, den wir auch zur Privatnutzung verwenden dürfen. Ich selber nutze die REWE Mitarbeiterkarte, mit der ich das ganze Jahr über Rabatte sammle und Ende des Jahres kann ich dann den Betrag, den ich gesammelt habe auf meiner Karte dann wieder im REWE Unternehmen einlösen.